hallo und herzlich willkommen zurück heute bei mr hilo wir machen mal wieder ein tutorial wir haben ja angefangen mit der outer city reihe wie genau macht man was bei outer city wir wurden unter eines der videos natürlich auch logischerweise kommentiert ja wir wissen jetzt wo die effekte sind aber wir wissen ja noch gar nicht was die machen heute wollen wir uns darum kümmern wie können wir rausch unterdrücken oder wie können wir generell das rauschen bei aufnahmen bei oder city oder generell über aufnahmen reduzieren dazu gibt es nämlich bei audacity auch tatsächlich dass er die ein oder andere option die wollen wir uns heute anschauen da mein mikrofon aber nicht rauscht muss ich jetzt leicht improvisieren und ein künstliches rauschen quasi hinzufügen das ganze wird mit meinem handy gleich eingespielt wir reden jetzt gleich einen kleinen text hier auf audacity ein und währenddessen mache ich dieses rauschen an und das wird dann unterdrückt so fangen wir mal an ich gehe gerne schwimmen ich gehe gerne schwimmen so ist jetzt ein sehr einfacher text gewesen wir hören uns das ganze jetzt natürlich mal an ob es überhaupt funktioniert ich gehe gerne schwimmen ich gehe gerne schwimmen so da habt ihr jetzt herausgefunden also wir haben zwei aufnahmen das eine ist normal quasi mit dem normalen ja im endeffekt normalen mikro ohne dieses künstliche rauschen das andere ist mit dem künstlichen rauschen ich hoffe es funktioniert unser trick wir probieren es jetzt mal wenn ihr jetzt einen effekt rauschen drückung auswählen wollt dann drücken wir zuallererst mal auf effekte und dort zeige ich euch ganz kurz wo es ist es gibt nämlich eins das heißt ganz normal schon so und zwar haben wir die rauschverminderung um die rauschverminderung mal drauf drücken ihr seht das passiert ihr müsst das ganze audio auswählen den effekt beziehungsweise in unserem fall wissen wir ja ab wann es los geht die rauschunterdrückung schwimmen schwimmen machen jetzt fangen jetzt hier mal an ich gehe gerne schwimmen so haben es jetzt ausgewählt wir haben einen teil der ganzen sache ausgewählt wir drücken jetzt auf rauschprofil ermitteln das kommt wenn ihr rauschverminderung drückt schritt 1 wählen sie ein paar sekunden rauschen aus damit auto city weiß was herauszufiltern ist danach rausprofil ermitteln will wir drücken rausprofil ermitteln in unserem fall hat das programm gerade ermittelt wie hoch oder wie stark ist dieses rauschen da im hintergrund jetzt drücken wir nochmal auf rauschverminderung hier unten haben sich die zahlen entweder jetzt geändert auf jeden fall wurden die zahlen jetzt angepasst auf unsere eingesprochene stimme mit unserem künstlichen rauschen im hintergrund jetzt drücken wir mal ok und ihr seht direkt es hat sich hier auf jeden fall was getan mit der darstellung wir hören es jetzt tatsächlich das ganze noch mal von anfang an ihr werdet natürlich dann hier genau den cut hören an dem im endeffekt unsere rauschverminderung reingegangen ist und gestartet hat wir drücken einfach mal play ich gehe gerne schwimmen ich gehe gerne schwimmen so da hat es auf jeden fall mal gehört in unserem fall hat das alles jetzt rausch vermindert aber unsere stimme klingt jetzt auch deutlich anders also ihr habt mitgekriegt wenn wir dieses rauschen vermindern über diese option unsere stimme verändert sich schon extrem aber das rauschen wird zumindest auf jeden fall leiser und es verschwindet ein bisschen hinter wir machen das ganze jetzt noch mal rückgängig weil es gibt nämlich jetzt noch einen kleinen trick der das ganze ein bisschen einfacher macht wir wählen jetzt diesen schritt hier einfach mal aus das ist eine phase in der wir nicht reden das heißt in dieser phase ist nur das rauschen da in unserem fall gehen wir jetzt hin und machen das ganze noch mal wir ermitteln noch mal das rauschprofil und jetzt wählen wir quasi den part aus dem wir ganz machen wollen also hier diesen part so drücken noch mal rauschverminderung und nochmal ok so jetzt seht ihr die ganzen dinger wurden jetzt anders verändert ihr seht wir haben nur das rauschprofil in der leeren phase vermindert beziehungsweise das rauschprofil hier ermittelt und jetzt sind diese ausschläge ein bisschen höher zeige es euch ganz kurz wie es jetzt klingt ich gehe gerne schwimmen ich gehe gerne schwimmen im verhältnis zu dem was wir davor hatten hat sich jetzt vor allem unsere stimme etwas normaler angehört wir haben zwar immer noch das künstliche rauschen im hintergrund das ganz rauszufiltern wird uns wahrscheinlich auch so nicht gelingen es ist ja künstliches rauschen zusätzlich auch auf einer dezibelzahl auf der wir uns im endeffekt mit unserer stimme auch bewegen aber ihr habt gesehen das ist die eine option mit der wir rauschen vermindern können sehr einfach lohnt sich auf jeden fall und wenn wirklich das normales rauschen ist im hintergrund mit keine ahnung waschmaschine die im hintergrund läuft oder von draußen fahren autos vorbei das lässt sich durchaus mit dieser rausch verminderung schon lösen so jetzt gehen wir weiter gucken noch mal die effekte durch ob wir noch mal was haben es gibt nämlich noch ein paar andere sachen die man im endeffekt machen kann und dazu empfehle ich euch beispielsweise die möglichkeit der noise gates noise gates sind sogenannte ja geräuschfilter im endeffekt wir lassen nur ein ganz bestimmtes geräusch durch dazu drücken wir mal auf neues geld drauf wir machen das ganze audio hier in diesem fall drücken mal auf neues geld drauf und jetzt seht ihr hier tatsächlich gewisse frequenz schwellen hier könnt ihr nämlich jetzt festlegen welche geräusche im endeffekt durchkommen und gerade diese leerphasen hier ja die können wir natürlich ganz gut ausgrenzen weil natürlich unsere stimme lauter ist als das rauschen wir hören mal kurz vor wie es sich im moment anhört ich gehe gerne schwimmen ich gehe so jetzt haben wir uns das mal angehört also so klingt im moment und wir können das hier jetzt ein klein wenig anpassen wir wollen zum beispiel den schwellwert wir können mal gucken ob wir den ein bisschen hierhin schieben und dann könnt ihr mal vorhören was passiert ich gehe gerne schwimmen ich gehe genau ihr habt es gehört wenn wir den schwellwert in nach rechts drehen verschwinden vor allem auch die ja rausch sequenzen dazwischen wir machen es jetzt mal ganz genau auf 30 beziehungsweise gehen noch ein bisschen höher machen sogar so machen wir machen wir das mal drücken mal auf ok und lassen das mal gehen und jetzt seht ihr plötzlich die zwischenräume hier die haben quasi das rauschen in der leerphase in der wir nicht reden komplett verschwinden lassen wir lassen uns das ganze noch mal von vorne anhören und dann habt ihr quasi die beiden möglichkeiten kennengelernt rauschen zu unterdrücken ich gehe gerne schwimmen ich gehe gerne schwimmen so klingt jetzt zwar ein bisschen krass weil wir natürlich unser künstliches rauschen hierfür verwendet haben aber ihr habt gerade beide möglichkeiten kennengelernt normales natürliches rauschen entfernen zu können wir haben unser bestes gegeben ich hoffe ihr seid zufrieden mit dem tutorial wenn ihr auch ja gerne noch mehr über order city erfahren wollt oder das tutorial euch einfach nur geholfen hat lasst doch gerne ein abo und ein like da würde mir unfassbar weiterhelfen und ich würde sagen wir sehen uns einfach im nächsten tutorial wieder macht's gut bis dann und ciao wir sehen uns einfach mal bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020